Heiligung. Heiligung ist eine bestimmte Weise, wie man einen Menschen oder einen Gegenstand segnet und in den Zustand der Weihe und des Heils versetzt. Es gibt unterschiedliche Formen von Heiligung. Man wird durch Gott geheiligt, man kann durch den Heiligen Geist geheiligt werden, man kann um die Heiligung bitten. Und es gibt bestimmte Rituale des Segens, die man auch als Heiligung bezeichnen kann. Und man kann auch sagen, wenn man spirituelle Praktiken macht, dann heiligt man den Ort, an dem man die spirituellen Praktiken macht. Es gibt die Heiligung des Sonntags, wo man eben den Sonntag tatsächlich als Heiligen Tag zelebriert. Und so kann man jeden Tag heiligen, indem man dort spirituelle oder religiöse Praktiken macht. Und man kann sein ganzes Leben heiligen, indem man es ganz Gott darbringt. Und alles, was man tut, Gott widmet.